Futsal Klagenfurt und Diamant Linz bleiben weiterhin das Maß aller Dinge und halten beide beim Punktemaximum. Das wird sich aber nächste Woche definitiv ändern, denn das Spitzenspiel am kommenden Wochenende heißt Futsal Klagenfurt gegen Diamant Linz. Das Spiel wird zudem live übertragen und im Anschluss, ebenfalls live auf unserem YouTube-Kanal, wird auch das Kärntner Derby zwischen Carinthia Flamengo Futsal Club und dem LPSV Kärnten live gestreamt. Die Pharoos konnten mit einer extrem starken Leistung das Spiel in Salzburg drehen und siegten gegen Interklesheim letztlich mit 7 zu 6. Gegen den direkten Konkurrenten hat dieser Sieg natürlich doppelte Wertigkeit, da bei Punktegleichheit immer zuerst das direkte Duell gewertet wird. Mit insgesamt drei Ausschlüssen haben sich die Salzburger zudem selbst geschwächt. Nicht weniger unspektakulär verlief das Wiener Derby. Kurzfristig sah es sogar nach einem Spielabbruch aus. Nach einer farbenprächtigen Phase in der zweiten Halbzeit konnte das Spiel aber fortgesetzt werden und endete mit einem 10 zu 6 Erfolg des Rekordmeisters Stella Rossa. Alle Informationen rund um die erste ÖFB Futsal Bundesliga bekommt ihr auf futsal.blog.at.